Dieses zu veräußernde 5,5 Zimmer Einfamilienhaus steht in Bamberg. Das im Jahr 1993 erbaute Objekt wird über eine Ofenheizung beheizt. Untertitelung des ZDF, 2020 Auf einer Grundstücksfläche von ca. 830 Quadratmetern weist das Gebäude eine Wohnfläche von ca. 240 Quadratmetern auf. Das Haus steht für 635.000 Euro zum Verkauf. Wir stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020